Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade. Warband? Ne, Bannerlords. Ha. Ähm, da sind unsere Leute, die wir verfolgen mussten. In der letzten Folge haben wir zwei Aufträge aufgenommen. Einmal nach Lycaron, da müssten wir hin. Aber das machen wir dann irgendwann. Hier, hier sind die Leute wieder under attack, aber die können fliehen. Ähm, also wir müssen einmal nach Lycaron. Das haben wir jetzt schon mal hier gemanagt. Und das zweite ist, wir müssen diese Truppe hier verfolgen. Das machen wir gerne. Das Schöne ist im Moment, unsere Truppen grundsätzlich sind einfach richtig krass angewachsen. Und wir können jetzt richtig schön in den Krieg gehen. Ähm, 22 Leute, gut ausgebildet. Das kann richtig wehtun. Die wollten uns angreifen, wollten sie jetzt einfach doch nicht. Ähm, die Folgen sind etwas länger. Also solange wir hier jetzt spazieren gehen, kann ich ja ein bisschen erzählen. Also so, die Folgen sind ein bisschen länger. Hat auch seinen Grund. Ich habe es... Oh. Okay. Perfekt. Schön. Äh, achso. Gerne. Charm. Sehr schön. Also es ist so, es... Ich glaube, es würde sich nicht lohnen, kleinere Folgen zu machen. Vielleicht wäre es ein bisschen kompliziert, ich weiß nicht. Aber, ähm, es ist mir lieber, längere Folgen gerade zu machen. Und, ähm, Schaden tut das ja jetzt gerade eh nicht. Ähm, Banner Lords ist halt ein Spiel, das Mountain Blade eher, ist ein Spiel, das einfach... Es braucht halt seine Zeit. Also komm, wir holen uns doch die Looter hier vorne. Was? Welche Karawane? Wir, wir haben doch keine Karawane. Oder kriegen wir immer nur pro Step? Okay. Zwei. Die Footman können in einen Schildwahl. Und die können dann... Oh nein, 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 nein. Zwei. Die kriegen das hin. Wo komm ich da raus? Oh ja. Die bekommen auch die Pfeiler ab. So. Geh drauf, Bubi. Oh ja. Ich geh ein bisschen zurück. Step back. Voll in die Formation rein. Ich würd mal sagen... Das war unser Sieg. Wir haben es hinbekommen. Es ist keiner geflohen. Wir haben es hinbekommen. Ich würd mal sagen... Auf, wie geht's? Vier Looters ab in meinen Mund. Oh ja. Abfährt. Das Problem ist... Müssen wir so schnell wie möglich da hinten hin. Sonst bekomme ich auf den Arsch. Einen Moment. Wir müssen erstmal nach Lykaran. Und ich glaube, die eine Quest ist komplett beendet. Ich glaube, das, worüber wir jetzt gerade sprechen, ist... Oh Gott. Wem müssen wir das jetzt abgeben? Ähm... Katilla de Widow. Okay. Katilla de Widow. Hier. Quick Talk. And who are you? I'm Katilla. Und so weiter. Ähm... About... Give me that. Hier, bitteschön. What's right here? Agreed. Yo. 650 Abfahrt. Okay. Neff... Oh. Die Leute, die mögen mich alle nicht, so. Okay, gut. Gut. Dann haben wir uns da ein bisschen Probleme bereitet. Das ist okay. Wir haben Truppen. Wir haben viele Truppen. Wir haben auch gute Sachen. Die wir jetzt uns kaufen können. Shorts. Sword. Okay. Das ist ein bisschen heavier. Achso. Wir wollten vielleicht mal nach einem Bogen gucken. Vielleicht ist jetzt die richtige Möglichkeit. nach einem schönen Punkt. Ein Longbow, ein Steppenbogen. Wir haben das Geld jetzt. Ich meine, wir bekommen hier so viele Sachen. Oh. Undo. Ando. Undo. Tarnrope. Okay. So. Oliven. Und jetzt... Was ist denn der Steppenbogen? Äh. Lightcross-Bogen. Ich will einen Bogen. Einen Bogen. Und Arrows. Stack-A-Mount. 27. Machen aber nicht so viel Schaden, glaube ich. 1 Piers. Western Arrows. 2 Piers. Wappen für mich. Die kosten halt ein bisschen mehr, aber dann würde ich vielleicht mir die Range Arrows holen. Oder die Barbed Arrows. Weil die machen halt... Weil die machen halt... Dann nehmen wir lieber die... Wir benutzen die ja das für das erste Mal. So. Haben wir das. Das können wir dann dementsprechend auch verkaufen. Haben wir einmal das. Und Grain. Wir brauchen Grain und sowas. Abfahrt. Passt. Was haben wir denn hier? Quick Talk. Na, 2 von 3. Und who are you? Le Caron. I hear you some problems. Da, go. With the Brigant. Go on. Abfahrt. Wir helfen. Somewhere here. Quick Talk. So. Who are you? Yo. Hm. Come to the Paran. Let's talk of... Stash of Good. Won't say how I got them, but I can... Mm-hmm. Mm-hmm. How I can help. So, now the Velvet. Okay. Yes. That I'm interested. Abfahrt. Jetzt passiert das gleiche wieder, aber jetzt geben wir die Sachen ab. My Merchants Town. Talk to you. You can take... Okay. Zack. Abfahrt. Haben wir alles geklärt, außer der einen, der uns jetzt nicht mag. So. Und jetzt folgen wir der Truppe hier. Ist okay. Wir müssen... Also, es ist immer ein Abwägen. Grundsätzlich ja immer. Da kommen Mountain Bandits auch. Wir haben einen Fünfer Speed. Wir haben vier Prisoners. Oh, wir hätten die verkaufen können. Oh, da ist ein Hideout von den Mountain Bandits. Ich glaube, ich würde mir den Hideout hier holen. Wenn wir gerade hier sind. Stopp. Warte mal. Oh. Carry on. Farewell. Ich würde hier aber ein paar Leute verwischen. So. Imperial Trained Archer. Aber hier. Wir verbessern sie. Wenn wir in den Hideout gehen. Die gehen vor. Ist mir jetzt auch egal. Da hinten ist ja noch ein Hideout. Ja, ich weiß. Ich habe vergessen den Kontakt. Attack. Wir holen uns das jetzt. Oh. Okay, aber dann gehen wir mit den Imperial Veteran Infantrymen. Dann sind wir genug. Und dann hauen wir drauf. Follow me. Everybody, listen to me. Ist hier jemand? Ne, ne? Wir werden die einfach kaputt machen. Und wir werden mit den ganzen Truppen die kaputt machen. Okay. Boah, Treffer. Tot. Okay. Der Infantryman hat den einfach niedergeknüppelt. So macht man das. Also das mit dem Bogen, das ist ja eine Sache. Die mag ich gerade. Seid ihr bei mir? Ja. Treffer. Laster down. Okay. Den hat es auch heavy getroffen. Okay. Wir haben nur noch neun Pfeile. Wir müssen halt immer aufpassen ein bisschen. Die haben noch ein paar Leute hier. Da kommen echt noch ein paar. Und das sind ein paar viele. Da sehe ich jetzt niemanden. Das ist super dunkel für mich. Oder super unerkennbar. Unerkennbar. Und dann müssen wir jetzt doch chargen. Jetzt chargen wir zu Elft einfach. Treffer sogar. Sehr schön. Oh ja. Treffer. Ja. Jawollo. Da kommt dann der Doody Dude hier. Oh. Der hat ordentlich was auf dem Kasten. Ich werde ihn nicht duellieren. Das klappt so nicht. Very well. You're quite. I don't find duels of brigands. Der würde einfach drauf gehen. Ich würde mal sagen. Wir haben zwei Tote zu beklagen. Das ist okay. Aber wir haben ordentlich aufgeräumt. Alter wir haben den Highwayman. Wir haben Briganten. Wir haben das. Okay. Also die bringen A. Geld. Und B. What the hell. Okay. Das hat sich ja mega gelohnt. Okay. Okay. Leute. Ihr seid einfach Hammer. Wir können hier einfach Legionäre einfach jetzt erschaffen. Am laufenden Band. Was wir jetzt nicht machen natürlich. Aber wir haben Sachen gefunden. Die sind ja mega gut. Also. Das hier. Rough Tide Boots. Baggy Tanks. Okay gut. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Die haben hier Speere. Jacked Spear. Western Long Spear. Gut. Das ist jetzt nicht so gut. Alter. What the fuck. Ja gut. Das müssen wir aber die Karafane wiederfinden. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Hier drüben ist wieder ein Hideout irgendwo. Ähm. Uiuiuiuiui. Wo mögen die denn jetzt sein? Wohin wollten sie denn? Ähm. Karafane is moving to Phykaon. 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 Oh Gott. Das wird nicht Spaß. Da. Oh nein. Nein. Ich war gerade auf dem Weg dahin. Das ist jetzt ärgerlich. Ähm. Hier. I went. Ah. Kann ich nicht. Aber die kann ich auch nicht. Na schade. Da habe ich halt verkackt. Aber das ist. Okay. Das ist Steppenbanditen. Dem will ich jetzt erstmal nichts tun. Machen wir mal. Visit the Tavern. Können wir hier mal umgucken. Alright. I can only hire freebie. Okay. Was kann er? Might someone like me? Might have a task for someone like me. Also. Nehmen Menschen. Okay. Wir können. Wir können. Okay. Ist echt cool. Ach. Ich liebe es. Back to the song center. Come on the lamp. I'm to. And where are you? Ähm. Blubber. I heard you need to know what to find. Okay. Okay. Bittanian pony. Der ist da weg. Wir haben drei Sperre bekommen. What the hell? Wir haben Schieß. Haben wir sowas hier. So was hier. Alter. Wir haben gut Geld bekommen. Würde ich mal sagen. Gut Geld. Kann ich. Wollen wir mal so aufs doofer Neugier heraus. Könnte ich hier bessere holen. Potkin. Ähm. Die könnte man sich holen. Aber das wäre ein bisschen teuer. Könnten wir uns. Eine bessere Rüstung holen. Ähm. Eine die mal wirklich was abhängt. Roven Leather. Oh ja. Die könnte gut gehen. Roven Leather. Die kostet 400 mehr. Natürlich hätte ich am liebsten so eine Imperial Studded Leather Armor. Aber. Ich würde mir das Roven Leather holen. Oh ja. Das sieht perfekt aus. Und das würde ich dann verkaufen. Und eigentlich bräuchte man dann auch einen schönen Helm. Ähm. Das hat fast das Doppelte. Dann würde man das verkaufen. Und dann haben wir schon mal richtig gut was. Und ich zahle nur 162. Den Rest bekomme ich ja dann noch. Und ja. Dann. Ähm. So. Arena gehen wir natürlich nicht. Aber wir liefen das mal. Was können wir denn jetzt machen? Wir könnten. Ich würde eigentlich gerne wieder hier in den Norden zurück. Aber du weißt ja. Ihr wisst ja wie das ist immer. Also die Hideouts. Die würde ich gerne weitermachen. Oh. Wir hätten Leute. Rekrutieren können. Nee hier. Das schaffen wir auch nicht. Das würde ich eigentlich gerne absagen. Ja. Goodie. So. Ähm. Hier sind 10 Looters. Ich hole mir die 10. 17 Looters. Die hole ich mir jetzt. Abfahrt. Okay. Wir bekommen sie nur. Äh. Nicht lebend. Okay. Dann vorwärts. Move. Get moving. Arrows. Und. Hier kommen unsere Leute. Und die eine Starf dann ein Schütter. Und die bekommen schon die ersten Fälle ab. Tja. Blöd gelaufen. Jetzt kommen die ersten Kollegen hinterher geworfen. Torch. Oh ja. Die haben ein kleines Problemchen würde ich sagen. Die hat diesen geflohen der Rest. Sehr schön. Sehr sehr schön. Wir haben niemanden verloren. Wir haben Leute gefangen genommen sogar noch. So muss das laufen. Bats. Loot ohne Ende. Der Loot tut uns gut. Ähm. Ja wenn die hier gerade eh rumlaufen. Aber wisst ihr was. Wir holen uns erstmal Truppen. Wie viele können wir denn holen? Drei. Abfahrt. Haben wir wieder drei Truppen. Apropos Truppen. Imperial Archer. Imperial Trained Archer. Das ist doch ein bisschen schöner. So jetzt müssen wir mal gucken. Ja hier sind vier Looters. Oh. Äh das ist. Ne 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 ne. Oh da sind. Da sind schon die ersten Hochzeiten unterwegs. Hm. Das klappt so nicht. Aber da ist jemand weggestorben anscheinend. Das ist natürlich ein bisschen belastend. Wir haben einen Archer verloren. Wieder bitte. Einen Archer verloren. Ist der einfach gegangen und hat gesagt. Ich bin Bock mehr. Gut. Dann müssen wir halt so. Wir kriegen die Leute irgendwie. So. Abfahrt. Du kleiner Brigand. Ach da kommt ja noch so ein kleiner Trupp hinterher. Was ist denn los? Soldaten. Geh. Fohls. Geh. Soldaten. Nein. Abfahrt. Schild. So. Ja dann. Kommt mal her. Kinders. Die schießen gleich los. Und dann werdet ihr. Den Lack sehen. Hinten sind die ohne Schild. Außer hier ganz links außen. Schade. Dass die. Ersten abgezogen sind. Gleich fliegt was. Gleich kommt was geflogen. Bart. Drei Leute tot. Okay. Der ist tot. Sehr schön. Enemies are fleeing. Na so lange. So läuft nicht. Hä? Ich würde gerne auf mein Pferd stecken. Ich kann doch nicht auf mein Pferd stecken. Okay. Ich hab's versucht. Es ging nicht. Wir haben Level Up in Athletik. Und mit dem Schwert. Und wir haben gewonnen. Empire Peasant. Sehr schön. Und die sind. Die Empire Peasants sind direkt in unserem Trupp rüber gejoint. So muss das. So muss das. Natürlich können die jetzt nicht mitkämpfen. Aber. Oh ja. Wir haben alle einen Rekruten. Nein. Ah. Vielleicht hab ich. Weil ich da drauf geklickt habe. Hab ich einen entlassen. Das wär ja mega dumm. Ah. Und die können dann zu Imperial Recruits werden. Okay. Ah. Dann müssen wir wohl. So geht das. Aber mehr können wir hier auch nicht mitnehmen. So. Schade. Aber das ist kein Problem. Wir wollten wo ganz anders hin. Das ist hier in den Norden. So. Oh. Zum Glück kann ich meine Truppen und alles bezahlen. Das war ja. Ich hab mir schon gedacht. Das wird nie wieder klappen. So. Wir gehen zu denen hier. Ähm. Tavern District. Abfahrt. Ach. Jetzt geh ich natürlich in die Taverne rein. Jetzt geh ich in den. In Center rein. Wir müssen halt echt mal gucken. Dass wir uns hier irgendeiner Macht anschließen. So. Also wir. Wir machen uns ja jetzt gerade eh einen Namen. Aber. Trade. Da. Ähm. Das kommt weg. Das ist nicht besser als unseres. Das ist nicht besser als unseres. Das ist nicht besser. Das ist nicht besser. Ich muss halt immer mal gucken. So. Dann haben wir erstmal ordentlich was da. Ähm. Iron Sparta. Mhm. Äh. Swing Speed ist jetzt nicht so groß. Okay. Simple Eastern Backsort. Äh. Gut. Das wird wohl so nicht klappen. Ah. Ich kann ja immer den Bogen nehmen. Ich Idiot. Ähm. Oh. Die haben. Boah. Die machen aber schon. Western Arrows. Die würde ich eigentlich gerne nehmen. Aber die kosten so viel. Das sind die gleichen halt. Aber. Ist erstmal okay. Ähm. 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 Ja genau. Die könnte ich halt hochleveln. Das bringt noch nicht viel. Ähm. Ja gut. Ach. Quests. Natürlich. Ich bin mal wieder so vergesslich. Äh. A new pendant chief around here. Clever one. Okay. Ähm. Towards Rote. Was the one heading. Was. No no. Äh. I use bait. I've paid some of my workers to spread rumors about the party with a fat caravan laden. With silverware hanging Drote. Of course. I've got a bunch of mercenaries going with it. To the guys to pack us but to back up and your way. Okay so that your troops can handle this. Ähm. Send a good. Äh. You should send a good commander with 20 seconds just to be safe. Okay gut. Ich geh selber. Ich würd mal sagen Abfahrt. So. Haben wir denn hier noch irgendwas? Hallöchen. Achso. Ähm. Not a fence. Okay. Das ist ja kein Problem. Quick talk. I'm a tearful nerd. Hallo. I'm tearful. Ach ich bin. Ist ja komm mal tearful nerd. I've got a problem. Manche meine. You people around. Robbing. And the. Preferring. We need some time to go. Oh man. Meet me here after three days and we strike. Okay. Nein. Ich bin für den Anzelkampf im Moment nicht gemacht. Aber Caravan of Neffa the Brover ist okay. Wir haben 24 Leute. Die könnten da echt mal aufräumen. Ich überlege, ob ich vielleicht mir fünf wirklich starke Leute noch dazu hole. Also ich meine wirklich fünf, was sind die? Hier die Legionäre, die wirklich aufräumen können. Wenn es mal dringend ist. Also das wird halt so ein bisschen das Problem sein. Ach, da ist es hier. Abfahrt. Help the Caravan, Neff and the Brewer. Okay. Attack! We got them! Oh, guck mal her. Da haben sie. Move! Bowman! Move! Infanterie! Armshields! Okay. Wow. Bowman! Forward! Wow. Die haben Pferde. Die könnten das auch schaffen. Ich habe ein paar Damage bekommen. 하고 da. Auwein. Ouiuiuiuiuiuiuiui. Oh shut up. Aller. Oh Gott, oh Gott, oh Gott Das wird so nix Ich brauch tatsächlich hier Berittene Bogenschützen oder so Oh ja Okay Infantry Nein Und Charge Wir müssen das irgendwie hinbekommen Oh ja Okay Wir müssen gucken, als wäre das irgendjemand So hinbekommen, dass sie auch wirklich auf die Nase bekommen Okay Die sind weg Ich reite den mal hinterher und versuche den zu erwischen, aber Ich kann es nicht versprechen, dass ich den kriege Den habe ich erwischt Alter, habe ich den runter geholt Jawollo So, wir haben Wir haben zwei verloren Das sind zwei Rekruten Das geht ja noch Und einen Verletzten Ne, die haben zwei verloren Wir haben einen Verletzten Ich CNE Ich 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 Amen.